Welche Sachbücher stehen, sofern sie gut gemacht sind, für gesicherte Information? Sachbücher können und sollen Debatten und Diskussionen auslösen. Gerade deswegen haben wir den Deutschen Sachbuchpreis auch ins Leben gerufen. Wir wollen Flagge zeigen, gerade als eine Branche, die sich für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt engagiert, steht es uns gut an, einen Sachbuchpreis mit einer zeitgeschichtlichen Komponente einzuführen.